Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Let's Play The Last of Us 2. In der letzten Folge sind wir hier in diesen Sturm geraten und jetzt müssen wir uns irgendwie auf den Weg zum nächsten Posten machen. Und ja, das sieht gerade nicht so gut aus. So. Oh damn, man sieht echt so gut wie gar nichts. This is getting worse. We turn back. We won't make it. We're almost there. I know, girl. I know. Keep going. Dina, how much further? Dina? Ähm. Ähm. Ja, ich glaube, wir müssen den Spuren folgen. Ich sehe keine Spuren mehr. Mist, wo sollen wir nur lang? Ähm. 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 Wie ne, ähm. Oh, oh. Ich glaube, hier geht es irgendwie nur so im Kreis weiter. Ich glaube tatsächlich, der erste Weg, den ich gefunden habe, das wäre der richtige gewesen. Mann. Erstmal wieder fett verlaufen und ich sehe halt nicht mal was. Ich dachte mir schon, dass ich hier lang muss. War das überhaupt der Weg, den ich gefunden habe oder war der irgendwo... Doch, das war der Weg. Ich erkenne es an dem Haus. Ich glaube, das Gute an der Situation ist, dass die Viecher gerade auch nicht draußen unterwegs sind, oder? Also wenn, dann sind die immerhin schon eingeschnallt. Wir sind in der Bücherei. Wir sind in der Tiefe. I'll get the door. You been here? I'll get the road by it. Never came inside. All right. Let's make sure it's clear. Na, klasse. Da gehe ich jetzt mal bewusst noch nicht rein. Sondern schaue mich erstmal hier ein bisschen um. Ich fand's ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen leichtsinnig da einfach so rein zu laufen. Ich fühle mich nicht, dass jemand hier in einem Zeitraum war. Oh shit. Ich muss sehen, was ich sehe. Dankeschön. Moment. Nee, das... Den Aschenbecher kann ich nicht mitnehmen. Okay. This has to be Eugene's. Are you sure? Yeah, nobody else would tinker with this ship. But why would he hide it from me? Huh. Hmm. Definitely Eugene's place. He was a Firefly? He served with Tommy. I had no idea. Yeah. Yeah. They got into some real dark shit. Like what? He said he blew up a checkpoint. At Denver QZ. Killed three soldiers. And two civilians. Jesus. He also told me that... ...he and Tommy... ...slow tortured some big Fedra general. I don't know. I don't buy Tommy doing that. He could do worse. What do you mean? He and Joel... ...have done a lot to survive after the outbreak. Wir schauen einmal kurz. Wir können irgendwas bauen. Ich würde sagen, jetzt machen wir einmal ein Molotov. Ähm... Tagebuch. Hatte Eugene Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein, dann hätte er was gesagt. Schwierig zu sagen. Moment, war da gerade noch mehr? Auf jeden Fall wird mir da noch was angezeigt. Achso, sein Firefly Anhänger. Ja, den habe ich mir schon angeguckt. Ja, nee, das wollten wir jetzt gerade nicht. Oh, noch eine Sammelkarte. Die hat sie jetzt einfach nur so genommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Hm... Das ist alles noch sehr interessant. Ach, guck mal, das hier habe ich letztens noch gesehen auf Twitter. Eine Playstation 3, diese Original Playstation 3 mit zwei Controllern und Uncharted. Zwei und das darunter müsste sogar eins sein. Ich erkenne es am Cover. Richtig lustig. Das ist ja so die Zeit um 2013 und so, ne? Obwohl die Playstation 3, die Originale, kamen ja sogar noch viel, viel früher raus. Ich erinnere mich nämlich. Sie sehen auf jeden Fall jünger aus. Ich glaube, das trifft es gut. Lichter, Heater... Es muss einen Generator hier irgendwo sein. Länger an Lügen. Du fehlst mir, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause, bitte. Wir lieben dich, Claire. Krass. Der hatte also auch eine Tochter. Ja, der Generator ist immer dem Kabel nach. Ah, okay. Von der anderen Seite wären wir hier gar nicht erst reingekommen. Da wäre ein Schloss vor gewesen. Oh, das ist Butter. Oh, wow. Impressive work, Benji-Chin. Ich hoffe, du könntest deine Schuhe mit diesem Geer modieren. Ja, wir haben einiges gefunden. Verbesserung. Feuerrate, Stabilität, Rückstoß und Kapazität. Das ist schwierig. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Feuerrate, oder? Ich glaube, das ist sinnvoll. Jetzt bin ich ein Bastler. Ja, das wird funktionieren. Oh, hallo. Ellie, look at the floor. There's more stuff down there. Du siehst einen Weg runter? Hm. Nicht hier. Hm. Müssen wir jetzt einen Weg finden? Kann sie nicht auch mal was tun? Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt schon wieder gefunden habe. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es ist Weid. Das ist viel Todesweid. Das ist viel Todesweid. Das erklärt das viel. Ich glaube, das ist viel Todesweid. Ich glaube, das ist die Definition von that escalated quickly. Das ist viel Todesweid. Er hat diese Videotapie. Hm. Der Wölf. Der Wölf. Der Wölf. Der Wölf. Der Wölf. Was sind das? Das ist Porn. Der Wölf. Interessant. Interessant, Eugene. Ein bisschen weird. Maria würde ihre Scheiße verlieren, wenn sie dieses Ort sah. Wie hat er das zusammengefasst? Das muss ihn für immer dauern. Ich wünsche, dass er mir über das gesagt hat. Das könnte ihm helfen. Ich frage mich aber auch so ein bisschen, was hinterher das Schicksal seiner Kinder wurde. Also seines Kindes. Von einem wissen wir ja. Es ist ein Gasmask-Bong. Gott, er war so smart. Hm. Hm. Oh. There we go. You think it's still good? Does weed go bad? Hm. Let's find out. You having a hard time? Oh, I got it. What? Give me that. Oh, yeah. Like you're gonna get it. Okay. It's... Yeah. Fuck it. What the fuck is wrong with you? I got it open, didn't I? I got it open. Smells good. I mean... We're gonna be stuck here a while, right? Totally trapped. Can I ask you a question? I don't know, can you? Scale of one to ten. One being... like absolute trash. And ten being... life-altering. How would you... rate... our kiss from last night? Why are we still talking about this? You said it was a mistake. Did I say that? What are you doing? I asked you to rate our kiss. I don't know. I give it a six. A six? Wow. Like a solid six. Okay. There are a lot of people around. Yeah, but six... Oh. What? I mean, now I really wanna know how you'd rate it. I don't think you do. You're infuriating. Have you met you? You make me wanna go back outside into that blizzard. No one is stopping you. No one is stopping you. This better be better than a six. No one is stopping you. Innerlich habe ich die Bude jetzt schon wieder abfackeln sehen. Ich habe die Helligkeit jetzt auch einfach mal wieder ein bisschen runter gedreht, weil ich fand es ein bisschen zu hell. Puh, das ist echt schwierig. Wir können ja auch noch mal in die Einstellungen schauen, Moment, Optionen. Wir spielen übrigens auf Schwierigkeitsgrad normal. Helligkeit. So. Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz. So. Ich mache mal kurz den Filter komplett raus. So. Und stelle jetzt einfach mal die Helligkeit ein bisschen höher ein. So ist es doch gut, oder? Immer noch ein bisschen dunkel, aber ich denke, wenn ich jetzt ohne Filter spiele, macht es einfach am meisten Sinn. Oh. Oh, shit. 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 Fuck, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Mann, geh doch weiter. Fuck. Das war ungünstig. Ähm. Okay, es ist besser, vor übermächtigen Gruppen zu fliehen, anstatt sie anzugreifen. Danke für die Info. Ich geh jetzt einfach mal hier weiter. Geh doch da hoch. Oh Gott, wo jetzt lagen? Uh. Da war ein Midi-Pack, das musste ich jetzt leider zurücklassen. Nimm doch das Messer. Oh. Oh. Schnell. ja naja immerhin haben wir genug immerhin haben wir genug munition wir müssen alle bemerken zurück mit der Krube wir müssen über das erst einmal die Fenster wir müssen uns über das die 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 Tock! mann ich habe ihn doch schon ein paar mal getroffen das ist gerade schon wieder so that escalated quickly einfach so ja einfach so die dings die definition davon ja Äh, ich renne jetzt einfach erstmal kurz weg. Fuck. Hilf mir. Hurry! I got you. Take gloves to us. Where are we going? It's this way. Come on. Everywhere. Go, slow down. Head for those doors. Through here, let's go. Hey, I'm Tommy. That's Joe. What's your name? Abby. Abby. Are you okay? Yeah. That ain't got a hold. We gotta go back. We ain't gonna outrun them all the way to Jackson. We need to barricade that door. Tommy, we cannot stay here. The horses ain't making it all that way. Look at my friends. My friends are at a mansion just north of here. It's fenced in. We have the whole perimeter secure. It's involved in the police. I can work. All right. I'll get the door. Tja, jetzt ist halt die Frage, ob das so eine gute Idee war. Mann, das ist schon wieder so viel Action. What about this one? When I was 12, I found a skateboard. Uh-oh. And I tried to get on it. And it shot right out from underneath me. Wait, how did you get the scar? I fell on my knife. Okay. Um... The chemical burn. I died myself. Why? Uh... To cover a bite mark. Right here. I got jumped by an infected when I was 14. And... Turns out I'm... Immune. So it healed with a ring of... Fucked up teeth marks and cysts and... Ow! Fuck you. Wha... Hey! I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story. Oh, you want a bite mark? Wha... Did you hear that? Anyone down there? Jesse? Rita? Shit. Just stay there, okay? Are you okay? Just... Will you wait, please? What? Just turn around. What are you doing? Are you kidding me? You're supposed to be on patrol. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you. You get that? What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town. Without being replaced. No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides, and we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? Okay. I'll head west. Dina can take south, and you come from the east, but be smart about it, yeah? Yeah. Ja, das war natürlich der beste Moment, in dem man einen erwischen kann. Ja, das war natürlich der beste Moment. Let's get inside. Let's get inside. Let's get inside. You scared us. I know. How are you guys doing? We're good. Thanks. Yeah. Can I talk to you for a minute? You want to get those saddles off? No, no, it's all right. We'll just ride out the storm, and we'll get out of here. Oh, God, any brushes, or a towel, or anything like that? We want nothing to work. You have no idea. Don't get electricity in here. Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. Where are these people? How long have you been here? Since yesterday. Yesterday. Yeah. What are you all doing out this way? Just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. You all should come back with us, restock before we head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy. This is my brother. Joe. They'll act like you heard of us or something. Because they have. No! Get the other one! Nora? All clear? He's out. Put him against the wall. Tommy. Get off me! GET OFF ME! Mel. Put the madre. Joel... ...Miller. Who are you? I guess. Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. I'm trying to get his leg. Do it! Don't you fucking move. Don't you fucking move. God... ...dammit! ... ... ... ... ... Grrrrrrrr! Du wirst... ...old man. Du wirst nicht so schnell auf das. Mal wieder sehr gesund alles. Gut. An der Stelle würde ich dann aber auch die Folge beenden. Über einen Kommentar und eine Bewertung freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir mal gucken, dass wir Joel da irgendwie rausholen. Denn ich glaube, der braucht gerade ganz dringend Hilfe. Bis zur nächsten Folge.